Loki! Checkpoint. Speichern und fortfahren. Ich finde ja, dass wir jetzt dann mal unser Dingens wiederkriegen könnten. Unseren True Believer. Oder? Das hört sich an, als wären wir irgendwelche True Believer. True Believer, ey. Irgendwelche Justin Bieber-Fans. Justin Bieber, ey. Geht der mir auf den Pest? Das ist mal ganz im Witz, ne? Ganz im Ernst. Ganz im Witz. Der Junge, ey. Der macht mich echt fertig. So eine Bratze. Ein kleiner Schritt für einen Menschen. Ein riesiger Kletterakt auf eine Güterrakete. Genau. Haut ab hier. Und weg und weg und weg. Schön. Ich sehe schon kommen, dass jetzt durch den Lack wieder mein Dings wieder ein bisschen laggy ist. Meine Kamera. Ich finde das total kacke, ne? Sobald ich irgendwie ein Lack oder so habe, ist meine Kamera, äh, nicht mehr synchron. Also falls, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal dann in mein Dings reingeschrieben, in mein Video. Manchmal habe ich da echt ein paar Probleme mit. Naja. Solange finde ich hier mein Commentary noch, äh, synchron ist, ist es ja noch relativ okay, finde ich. Komm mal, du hier. Sollst nicht ihn hier hauen? Ach ne, er muss. Mensch, das ist manchmal ein bisschen nervig. So, einmal. Okidoki. So. Hau ab. Geh weg. Okay, erstmal zusammenbauen. Gut, Ski. Hau, da ab. Schön. Okay. Jetzt gehe ich erstmal schnell hier rüber. Gucke, was hier so abgeht. Okay, hier ist, habe ich kaputt. Irgendwie spawnen die ein bisschen spät manchmal. Die spawnen die manchmal ein bisschen spät. Einmal. Los. Nur Netze. Kann ich das jetzt nicht machen, aber meistens kann ich das doch auch. Schade. Es kann anscheinend... Wow, scheiße. Voll runtergefallen. Es kann anscheinend wirklich nur Spider-Man dann. Blöd. Ist ja nicht doof. Äh. Okay, manchmal... Ich glaube, das ist nur so im Mittel hier. Okay. Und nochmal. Und nochmal. Ach, ist schon. Schau, sowas meinte ich mit despawn. Äh. Ja, gut. Ah, hier. Muss ich dann wieder irgendwas programmieren? Aber erstmal hier... Erstmal hier. Alles. Okay, dann lass uns mal irgendwas rächen. Da, schau... Ey, heftig, oder? Okay. Ist schon okay. Da kann ich noch nichts machen. Das heißt, ich muss erstmal... Einmal Kapuzki. Einmal blaues Steini. Und nochmal hier drauf schießen. Ist jetzt eh schon weg. Okay. Blaues Pünktchen. Hui. Hau. Ab. Was soll das denn? Hallo? Hallo? So kann man die denn nicht töten? Wir gehen jetzt einfach durch. So. Einmal. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Okay. Eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Hm. Es funktioniert. Die Energiezufuhr ist stabil. Exzellent. Hm. 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 Hallo, der ist super. Laber nicht. Ich will trotzdem mit ihm spielen. Wo ist jetzt... Hier. Hallo? Äh, weg. Erstmal eben speichern. Ich hab das Gefühl, dass es schon wieder etwas laggt, ne? Das ist ganz grausam. Erstmal gucken, wie ich jetzt hier vorgehen muss. Ähm. Ah, hier. Was ich bestimmt wieder so. Oder? Okay. Keine Ahnung. Erstmal hier hoch. Und gucken, was hier so abgeht. So. Jetzt von 4. Okay. Die anderen 4 krieg ich hoffentlich auch noch. Los. Macht die Dinger kaputt. Oder er. Ja. Okay. Wir machen gleich diesen hier. Als erst... Gehen wir erstmal hier rum. Und sammeln Sachen. Zwei. Okay. Okay. Schnell hier rüber. Um ein bisschen Zeit zu sparen, habe ich das jetzt einfach mit ihm gemacht. Hallo. Hallo. Bitte, mach das. Geht doch. Schön. Ach. Das muss hier Mr. Fantastic machen. Aber der ist ja leider nicht da. Der Fantastische. Okay. Hier kann man das ein bisschen machen. Wundervolle Sache. Okay. Menschliche Fackel. Wir scheißen jetzt einfach auf die anderen Dinger so. Und holen einfach nur das. Coole Sache. Einmal. Obwohl, weil wir schon dabei sind. Wollen wir das hier auch noch holen. Und das da. Und dann könnten wir uns doch mal dem anderen Krams hier... Ups. Ähm. Hä? Hä? Okay. Irgendwas muss ich hier... Machen. Nur was? Nur was? Was muss ich hier tun? Hier irgendwas? Hä? Was ist das da? Ah. Schaut mal. Schaut da an. Das ist doch das Käpt'n-Zeichen. Hä? Ich krieg's nicht. Was ich hier tun muss. Toll. Die sind außer Gefecht gesetzt. Was muss ich denn hier tun? Äh. Totale Planlosigkeit. Zeit. Irgendwas hier? Okay. Also man muss hier mit Captain America. Nur was. Ach so. So. Und jetzt? Hä? Die Chancen für eine Niederlage liegen laut Berechnung bei 95 Prozent, Captain. Ich rate aufzugeben. Ja, die A ist schon mal recht. Oh. So. Und jetzt? Hey, ich muss da hinten hin. Schnell da hinten hin. Okay. Wir müssen hier diese komischen Menschis hier kaputt machen. Und bestimmt hier drüben auch noch so ein Ding. Scheiße, nein. Da müssen wir keinen Specht tätigen. Oh, wir müssen hier was zusammenbauen. Ah. Schnell. Schnell. Mach ihn doch tot. Schnell, 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 schnell. Okay. Einmal. Oh, fuck. Ist hier nicht noch, was man denkt? Alter. Geht's noch klar? Ja. So. Okay, so und jetzt? Was denn jetzt? Was muss ich denn hier jetzt tun? Boah, mein Ding ist brennt hier schon wieder mega. Muss ich jetzt irgendein? Ah, hier, oder? Oder? Ja, ja. Ähm. Okay, geil. Schön. Endlich. Ich bin die Zukunft unseres Volkes. Hallo, labern ich. Schweine labern auch nicht. Ah. Komm hierher. Mist, da muss jetzt erst der Käpt'n irgendwas machen. Plus Kapitän. Das kann ich noch nicht machen. Viel. Ja, das kann ich hier.